Ho, ho, ho! Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen V-Lenz-Kalender-Türchen. Türchen Nummer 2 ist es heute. Und der eine oder andere kriegt vielleicht jetzt erst mit, dass es dieses Jahr auf einem anderen Kanal läuft. Wie gesagt, müsst ihr nicht abonnieren. Und denkt sich jetzt, oh nein, der Lego X-Wing, das wollte ich, das wäre das Beste gewesen. Deswegen ist heute nochmal einer drin. Einmal gibt es den noch. Und wer jetzt ruft, das ist der gleiche, den du eben hochgehalten hast. Nein, das sind die beiden hier. Und jetzt sagt der eine oder andere, ja, aber jetzt hast du den gleichen nochmal hochgehoben. Okay, jetzt für die totalen Zweifler. Eins, zwei und hier ist der andere. Also drei insgesamt. Aber heute gibt es halt nur den einen. Die anderen beiden waren ja im anderen Türchen von gestern schon noch drin. Und wie gesagt, das bleibt hier spannend, unberechenbar, wann was drin ist. Macht nur mit, wenn ihr wirklich Zeug haben wollt, braucht oder sowas. Und nicht, weil ihr denkt, ja, ich nehme mal klick, 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 klick. Das wäre auch noch ganz toll. Und wie gesagt, heute ist noch einer drin als Ersatz für die Lego Adventskalender, die ja dieses Jahr gerade bei Star Wars schwer zu bekommen waren. Kann man sich ja auch aufteilen. Jeden Tag ein bisschen bauen oder gar nicht. Oder dann, was weiß ich, am Heiligen Abend dann alles in einem aufbauen. Oder am ersten, am zweiten, wann auch immer man Zeit hat. Das soll es gewesen sein. Das war jetzt Türchen Nummer zwei. Und macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.